Benjamin Freiburt. Wer? Das ist Benjamin Freiburt. Wer? Das hier ist Benjamin Freiburt. Leute, ich möchte euch vorstellen, Benjamin Freiburt. Bitte weck mich nicht auf und lass mich hier liegen. Bitte weck mich nicht auf. Hallo. Ich spiele Gitarre bei... Wies & Weiß. Er ist der liebste Mensch der Welt. Ist klein, ne? Ist klein, ne? Er spielt sehr gut Gitarre. Er hat eine sehr anstrengende Lache. Oh, das ist geil. Nur Teascake. Voll geil. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen wie eine Klapse. Musiker-Klapse. Er kann zum Beispiel Sascha imitieren. Wieso dann? Er kann den Erti imitieren. Er kann eine andere Produktion. Er kann den Friedl imitieren. Und er kann den Amelie imitieren. Hallo ihr Mäuse. Er kann den Catty imitieren. Okay. Wen gibt's denn noch? Wen gibt's denn noch? Er kann den Amelie imitieren. Hallo? Ja. Das war's, ne? Das war's. Ich kann mich nicht imitieren. Weil ich nie keine eigene Persönlichkeit habe. Aber... Verstanden? Verstanden. Ich spreche in verschiedenen verschiedenen... Um den Vincent. So geil, ne? Richtig. Das sagt er immer. So geil, ne? Das ist... Ich glaube das ist so... Der Moment, wo man am meisten... Man selbst ist. Man muss jetzt hier... Also... Ich kann mir eigentlich kein... Genialeres... Feeling vorstellen. Ich glaube es gibt nichts was annehmen... Was ich... Könnte sonst. Das ist mein Leben. Bei mir abschmauchen. Das ist es. Das war's. Das ist mein Leben, Nichts. Ich danke dir. Bloß nichten denn ich mir. Ich war's, wenn So, dann sind Sie... Molge in dercost. Look! Mit ihm weffekbar voy. Vielen Dank.